Erpisst dich, Alfred, du darfst kein BG trinken. Ja, und das Mädchen ist voll komisch. Alter, sagst du gerade zu mir komisch? Digga, du kommst aus Bayern. Halt erst mal die Fresse, dass du aus Bayern kommst. Und du heisst Alfred. Alfred, welche Mutter trägt ihr Kind neun Monate im Bauch, um es dann Alfred zu nennen? Jasmin, wir sind 20. Warum spielst du mit 20 an einem Donnerstagabend Fortnite? Erklär mir bitte diese Bitze. Bitte, bitte erklär es mir, bitte, nein, bitte erklär es mir doch. Weil ich Urlaub hab. Urlaub, dann mach irgendwas, aber spiel kein Fortnite. Wenn ich 20 bin, dann bring ich Kohle nach Hause. Hallöchen. Oha, Naruto. Bist du aller echte Naruto Uzumaki? Nein. Oder in der Familie? Nein, dann bin ich jetzt. Mann. Nein, wir landen jetzt da. Wir landen da, wir landen da. Leute, hallo. Hallo. Du weißt doch, was LazyTown ist. Was hat er nicht gesagt? Was hat er nicht gesagt? Du kommst mit nach LazyTown, dem schönsten Arrat der Welt. Jeder Tag einfach hält. Und Sportakus ist unser Held. Ah. Ja, Sportakus war voll geil. Wie kannst du den nicht kennenlernen? Was ist das? Sportakus ist mein Vater. Sportakus ist meine Tante. Sie hat eine Ähnlichkeit, ist mir aufgefallen direkt. Ja, gell? Also, ich weiß. Ich hab ein bisschen, also mit den Teletubbies, aber ich bin so ein süßes Gilt. Kannst du mir Allahsprayze geben? Ey, da lebt nicht immer noch ein. Mich auch? Ey, tut mir so leid. Ich bin dumm. Ein Sportakus ist unser Held. Ja, da leid ihr. Mein Arsch. Melanie ist neu im Ort. Ich bin hier gelandet bei der komische hier, diese Alfred. Der wollte hier lassen. Was für komisch. Alfred, Junge. Ja. Der wollte hier lassen. Der kennt nicht mal LazyTown. Nein, dann ist er komisch. Er kennt nicht mal LazyTown. Selber komisch. Ich will nur zocken. Lass mich zocken. Hast du nicht gesagt? Wie hast du mich genannt? Nicht dich. Du Asylant. Hey, nicht du. Ich meinte die. Lass mich jetzt einfach zocken und hört auf mich zu mobben. Lass mich zu zocken. Woher kommt ihr? LazyTown. Aus Bayern. LazyTown. Tschüss, einfach aus der Welt. Bayern? Ja? Hörst du bayerischer Akzent? Nee, ich wohne in Oberbayern. Du bist kein Bayern. Bayern, keine Ahnung, wie man es geht. Was hat das damit zu tun? Mir ist es egal. Ich habe es entschieden. Oktoberfest so geil in Bayern, ne? Kaum, ehrlich. Ja, das ist schön dort. Boah, Junge, am an den Anziehen und so da, dann gehen wir vor. Ich kann dich dort einladen, wenn du willst. Ey, kannst du mich auch einladen und kannst mich schon ehrenvoll, Knut, auch einladen? Nein, dich nicht, nur das Mädchen. Warum? Ich könnte, glaube ich, niemanden von euch einladen, weil ihr alle in der Nähe geht. Warum darfst du mich nicht einladen? Alter, ich sage ich mit euch. Wirklich, was ein Sympion. Nee, ich wollte nett sein, weil sie nett ist zu mir. Junge, ich bin zwar zu dir, aber ein. Ja, ich bin doch auch nett zu dir. Ja, hab ich auch, bin ich ehrlich. Alfred, du kannst hier nicht einsteigen. Lazy-Towner, wir sind Lazy-Towner. Ich weiß, dass ihr keine Nacke seitdem, das hört man raus. Oha. Alles klar und was hast du dagegen? Ich bin selbst Karnake. Es geht darum, dass ich merke, dass ihr nicht deutsch seid. Mich hat jetzt interessiert, woher ihr kommt. Naja, meine Mutter ist deutsch. Woher kommst du denn? Woher kommst du denn? Ich komme aus NRW, Alter. Das ist eine Marcia Vell. Nein, ich meine, ich mein Lanzmann. Lanzfrau. Türkei. Türkei? Lanzfrau, danke. Biss dich, Alfred, du darfst kein Biggie trinken. Alfred. Alfred. Alfred, du hast Biggie verboten. Wieso? Alfred, du darfst. Alter, was sind Sims das denn? Ich bin ganz nett, das ist einfach nur nett, weil wir ein Teamspiel spielen, in dem man logischerweise... Ich bin ein Anti-Mate. Ihr seid Simpen. Ja, und das Mädchen ist voll die... Ja, wie soll ich Simpen, Alter? Komische. Ich bin lustig. Alter, sagst du gerade zu mir komisch? Digga, du kommst aus Bayern, halt erstmal die Fresse, dass du aus Bayern kommst und du heißt Alfred. Alfred, welche Mutter trägt ihr Kind neun Monate im Bauch, um es dann Alfred zu nennen? Das ist ein deutscher Name, hä? Halt die Fresse, nein, Alfred heißt sie nur komische Alte. Nein, das ist so, wie wenn Araber ihre Kinder Amina nennen. Amina ist ein wunderschöner Name, aber aufgrund der Fall. Amina Keuio. Dankeschön. Amina, Amina. Ja, okay, ist mir egal, Amina ist auch ein normaler Name. Nenn ihn Hans, nenn ihn Thomas, aber nenn ihn nicht Alfred. Nenn ihn nicht... Ich bin kein Name. Alter, wie sie ihnen Schutz nennen. Boah, ich krieg die Krise... Ey, halt die Fresse, ganz ehrlich. Fack du, Röscher. Ja, ist mir scheißegal, was du willst. Nenn mal den Alfred wieder n... Ne, ich nehm' ihn totaler Scheißes, was ihr macht gerade. Dankeschön. Alles klar, voll scheißegal. Weil ihr ohne Grund einfach auf irgendwelche Leute zugeht. Ja, Mann, alles klar, ich, ich bin ohne Grund auf ihn zugegangen. Ja, bist du auch. Alles klar. Kein auf den Namen. Du hast mich doch auch beleidigt, oder nicht? Hab ich nicht, oder? Hab ich nicht, ich hab dann gesagt, du bist komisch, weil du die ganze Zeit zuzunehmig bist. Genau, ich nehm's, ich empfinde es als Beleidigung, also hab ich mich verteidigt. Ich hab mich erst verteidigt. Hey, wo hast du dich verteidigt? Das... Mit so inkompetenten Menschen brauche ich ehrlich nicht reden. Ich bin 20. Warum spielst du mit 20 an einen Donnerstagabend Fortnite? Erklär mir bitte diese... Bitte. Bitte. Erklär es mir. Bitte. Bitte. Erklär es mir doch. Weil ich Urlaub hab. Urlaub? Dann noch irgendwas, aber spiel kein Fortnite. Ich spiele, was ich will. Ja, lass sie doch einfach spielen, was sie will. Wenn ich 20 bin, dann bringe ich Kohle nach Hause. Was du von? Ich bringe Kohle nach Hause. Ach, reicht, was arbeitest du? Ich mache Ausbildung mit Fachabitur und gleichzeitig arbeite ich nicht. Ja, was arbeitest du mir? Ich mache Ausbildung mit Fachabitur und gleichzeitig arbeite ich nicht. Geld zu verdienen, weil meine Ausbildung ohne Geld ist, weil es eine schulische Ausbildung ist. Ja, das ist mir klar. Das ist normal bei einem Fachabi. So inkompetent bin ich jetzt auch. Ich habe Fachabi mit Ausbildung zusammen. Ich mache eine schulische Ausbildung. Genau, das habe ich schon verstanden, als du gesagt hast, schulische Ausbildung mit Fachabi. Das habe ich verstanden beim ersten Mal. Musst du mir nicht erklären. Wann habe ich dich gefragt? Nein, ich habe gesagt, das ist mir klar. Und ich meinte, was machst du denn als Arbeit? Und selbst wenn, Jasmin, vielleicht bin ich zwölf Jahre alt und vielleicht habe ich auch gar keinen Grips im Kopf. Ja, da sollte man aber nicht so reden, als hätte man einen Grips im Kopf, wenn man keinen hat. Und wenn du einen hast, dann ist es so wissen, dass die Art, die ihr euch gerade benimmt, nicht kindlich ist, sondern kindisch allgemein. Boah. Ich habe mich immer so ein Kind. Der hat gefressen. Ich bin so leid. Ich bin so leid. Der hat echt gefressen. Alfred. Alfred. Nein. Das ist auch nicht böse gemeint. Das ist nicht böse gemeint. Ja, ich weiß, dass es nicht böse gemeint ist. Ich weiß vollkommen, dass es nicht böse gemeint ist. Boah, ich hole den. Das ist Wonshot. Hast du den einen? Bam. Ich bin so gut. Scheiße, der heißt. Ich mach das mal weg. Hey, ich habe Frank geholt. So heißt mein Onkel.